So, und damit wieder herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Mystery. Vielen Dank, dass du da draußen wieder zuschaust und danke an alle, die ihr das letzte Video mit einer positiven Bewertung bewertet haben. So, wir haben ein echt nerviges Akio-Duell letzte Folge bestritten. So, ich dachte, die Katze hat sich gerade bewegt und machen jetzt mal weiter mit der Hauptstory. Ja, damit die nicht zu, ähm, damit die nicht so, so, hinterherhängt. Ich meine, es hängt ja eh hinterher. So ein bisschen overlevel wie wir sind, weil die Hauptstory ist für Level 5. Wir sind kurz vor 18. Sollten wir jetzt unterwegs sogar noch irgendwas finden, sind wir 18? Da kommen wir auch. Das heißt, irgendwie ein Schlüssel oder ein paar Seiten, dann reicht das schon. Ich glaube, ein fliegendes Buch würde sogar reichen. Das ist immer noch das Klo. Wir müssen Alohomor lernen. Das ist krass hart wichtig. Oder wir müssen eigentlich lernen, was damit auf sich hat. Irgendwann kriege ich dich noch. Ah, da sind die beiden wieder. Sehr dezent versteckt. Okay. Scroope weiß von dem Buch, das sie gefunden haben. Fehlt etwas daraus? Scroope glaubt, dass wir nicht in der Öffentlichkeit darüber sprechen sollten. Scroope hat hinter der Brücke beim Steinkreis eine weitere Notiz hinterlassen. Okay. Liest sich wie ein Hauself. Liest sich bei der Strecke? Nein. Aha. Fast da suchen sie nach den Kürbissen gleich unter dem Steinkreis. In einem von ihnen werden sie fündig. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Hier im Hochland brauchen wir noch alle Sammelsurium Sachen. Nein, aber da ist was. Er hat sich natürlich den Verschimmelstum aufgesucht. Die junge Schlange muss inzwischen unglaublich neugierig sein. Triffs Korb am Rande des Wassers bei den beschädigten Stegen. Runter zum Wasser. Hm. Ich hoffe nur, dass es kein Trick ist. Wie hart möchte Scroope hier noch auf die Klooten gehen. Oh. Gut, Egelberg. Hm. Scroope ist der Name. Scroope dient dem Schulleiter. Er dient seit Jahren der Familie Black. Verzeihen Sie die vielen Notizen. Scroope wollte sicher gehen, dass sie nicht verfolgt werden. Was hat es damit auf sich? Die Notizen erwähnen das Buch aus der verbotenen Abteilung. Scroope sagt Ihnen mehr, wenn Sie ihm helfen. Aber niemand, vor allem nicht der Schulleiter, darf es erfahren. Hm. Ich helfe gern. Vor allem, wenn du mir mehr über das Buch sagst. Scroope ist dankbar. Scroopes verstorbene Herren Apollonia Black, möge sie in Frieden ruhen, war vor über 50 Jahren Schülerin in Hogwarts. Vor ihrem Tod sprach sie leidenschaftlich von aus einem Buch gerissenen Seiten. Scroope vermutet, dass sie diese in ihre private Grotte brachte. Am Ende war die Arme im Delirium. Verwechselte Holunder mit Tollkirschen. Scroope hat versucht, sie zu warnen. Tut mir wirklich leid. Aber was hast du davon, wenn ich die Seiten finde? Scroope glaubt, dass sich in der Grotte auch ein kostbarer Ring der Familie Black befindet. Scroope möchte ihn dem Schulleiter geben. Apollonia verbot Scroope vor langer Zeit, die Grotte zu betreten. Scroope hält sich nach wie vor an ihren Wunsch. Scroope würde es nicht wagen, eine Schülerin um Hilfe zu bitten. Doch als Scroope erfuhr, dass sie diese Seiten suchen, dachte er, sie könnten vielleicht auch den Ring suchen. Das hilft uns wohl beiden. Ich mache es. Scroope ist erleichtert. Es ist gehofft, dass der Slithering Neuzugang helfen würde. Bringen Sie diesen Toast zur Grotte unten an der Küste und stellen Sie ihn dort aufs Podest. Viel Glück! Viel Glück bei der Suche nach ihren Seiten. Das könnte meine Klassenquest sein, also Scroope. Soll ja jedes Haus so eine haben. Ein Maler der edge, dann muss ich ruhig sein. Soll es aufs Podest. Keine Klassen! das ist dasale Überraschung. Also kann man das noch. Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Das ist die Schwache. Wir sehen uns. Das war's für heute. Alter... Okay, das Ding war ein bisschen größer. businesses Hier Ist es ein ganz eine Oh. warte Hilfe Amphibienschutz, sehr schön, nehmen wir nächstes Nummer 10 den will ich haben Gehen wir hin nach El Grotto Aha Wow Wow Rebellion Kann das sein? Besuch? Oh Hahaha Mein Name ist Richard Jackdaw Vor einem Jahrhundert war ich ein Schüler Genau wie du Wie in aller Welt hast du diesen Ort gefunden? Ein Hauself namens Scrope schickt mich Ich suche hier einen Ring der Familie Black Ah Leider habe ich den Ring schon vor langer Zeit verkauft Armer Scrope Schwärmt er immer noch für Apollonia? Ich könnte es ihm nicht verübeln Ich habe all diese Schätze gestohlen um sie zu beeindrucken Leider Vergeblich Ich dachte eine geheime von Piefs stibitzte Karte würde ihr Interesse wecken Aber sie hat nur die Augen verdreht Was soll ich mit vergebten alten Seiten aus einem Buch? Nicht gerade meine Sternstunde Ich hätte diese Seiten gern, wenn es dich nicht stört Hier sind sie nicht Ich dachte Wenn Apollonia nicht an der Karte selbst interessiert ist Führt sie mich ja vielleicht wenigstens zu etwas das ihr Interesse weckt Also Bin ich der Karte gefolgt Zu einer Art verzauberten Höhle Und Tja Du siehst ja was dann geschah Ich würde sie sehen Ich hätte eine Idee Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes Und ich zeige dir wo die Seiten sind Wenn das die einzige Möglichkeit ist die Seiten zu bekommen Treffen wir uns im Wald Die Seiten sind bestimmt immer noch in meiner Weste Wenn dir der Anblick meines nun enthaupteten Gerippes nichts ausmacht Gehören sie dir Guli Noch hier was mitnehmen Aha Eine Karte scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören Aber ich sollte sie mitnehmen Okay Auf CSI Hogwarts Schauen wir uns die Leiche an Yay Wir sind ja noch nicht zurückgespawnt oder? Nö Nö Hallo Scrope Dank dir konnte ich Apollonias Grotte betreten Der Toast war der Schlüssel Ich habe dort einen Geist getroffen Richard Jackdaw Er wird mich zu den Seiten führen die ich suche Tja Der Junge war nie gut genug für Apollonia Äh Was ist mit dem Ring der Familie Black? Leider hat Jackdaw ihn schon vor langer Zeit verkauft Wie schade Nun braucht Scrope etwas anderes um den Schulleiter zu beeindrucken Scrope tröstet sich damit Dass zumindest die junge Slytherin gefunden hat was sie brauchte Das habe ich Danke Scrope Du machst den Hauselfen alle Ehre Ja Tschüss So was habe ich jetzt? Auf der Karte es sind ein Wald eine Brücke sowie Kerzen abgebildet Ich habe sie vorsichtshalber in meine Tasche gesteckt Ich glaube nicht dass mich hier etwas anzeigt oder? Natürlich nicht Ich hoffe es wird euch Ich habe dich Um Ummm... Ummm... Ja, Wald, Torbogen und eine Brücke. Ich glaube, wir müssen irgendwie zum zerbotenen Wald, wo die Hauptstory weitergeht. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Warte, warte mal, hier ist doch so eine, der zeigt ja Lumos an. Hier ist doch so eine Steinbrücke, ne? Lament, ich diese Brücke. Ich habe mir einen Spielshow vor dem Ding gemacht. Das war nichts. Oh. Will ich jetzt irgendwie warten? Oh. Oh. Hm, wo sind die Kerzen? Die Kerzen scheinen in den verbotenen Wald zu führen. Äh. Ich bin jetzt normal. Ich bin nehm. Der Schatz muss in der Nähe sein. Ein Picknick im verbotenen Wald? Die Schatzsuche liegt mir. Okay, dann haben wir das Rätsel schon mal gelöst und einen Schal bekommen. Wenigstens ein Schalskin. Wir sind hier und wir müssen da hin. Zweifellos schon lange verlassen. Reveglio. Boah, hier geht richtig einer gerade. Okay. 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 Oh ja, Grabhüben, ich weiß nicht. Das war's für heute. Oh, da ist noch ein Jockel. Die Ferien müssen mit Zauber getroffen werden, um sich für Angriffe verwurzert zu machen. Mit dem, dass irgendwas mehr über die Schlagsteine erhebt wird. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, wieder raus. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, und jetzt? Ah, cool. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.